Ich lerne Deutsch. Nummer 15232 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir saßen zufällig im Seminar zusammen. Wir haben festgestellt, dass wir die gleichen Interessen haben. Wir saßen zufällig im Seminar zusammen. Wir haben festgestellt, dass wir die gleichen Interessen haben. Wir saßen zufällig im Seminar zusammen. Wir haben festgestellt, dass wir die gleichen Interessen haben. Die soziale Bedeutung der Bildung ist nicht zu unterschätzen. Die soziale Bedeutung der Bildung ist nicht zu unterschätzen. Ich bin bereit, mich auf positive Veränderungen einzulassen. Ich bin bereit, mich auf positive Veränderungen einzulassen. Der Film lebt von den charmanten Dialogen zwischen den Hauptfiguren. Der Film lebt von den charmanten Dialogen zwischen den Hauptfiguren. Die Gespräche zwischen den Hauptfiguren sind so ansprechend und unterhaltsam, dass sie den Film besonders machen. Ein Podcast ist eine Audioaufnahme, die du im Internet findest. Ein Podcast ist eine Audioaufnahme, die du im Internet findest. Ein Podcast ist eine Audioaufnahme, die du im Internet findest. In diesem Fall können wir verschiedene Behandlungsmethoden anwenden. In diesem Fall können wir verschiedene Behandlungsmethoden anwenden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.